RSI ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das perimell gespielt wird und in einer fiktiven Fantasy-Welt stattfindet. Der Name des Spiels leitet sich ab von T.O.L. RSI, einer fiktiven Insel aus den Geschichten von J.R.R. Tolkien. Das Spiel hat seit dem 27. August 1996 mit wenigen Ausnahmen wöchentliche Züge gehabt. Es gibt RSI damit seit über 900 Runden. Im April 2015 hatte RSI gut 200 Parteien. Im März 2002 berichtete die Zeitschrift Bravo Screen Fan über RSI. Daraufhin stieg die Spielerzahl sprunghaft an. Den Spieler-Höhepunkt hatte RSI mit über 2000 Parteien. Derzeit ist die Spielerzahl recht stabil. Das Spiel ist für eine beliebige Anzahl von Spielern konzipiert. Die Spielwelt besteht aus vielen Inseln und wird von den Spielerparteien und einer globalen Monsterpartei bevölkert. Als Spieler kontrolliert man eine Partei, die einer von mehreren Rassen aus dem typischen Fantasy-Repertoire angehört und deren Einheiten verschiedene Talente lernen. Rohstoffe abbauen und Gebäude, Transportmittel und Waffen bauen können. Bei dem Hauptspiel RSI ist ein offizielles Spielziel oder Spiellende nicht gegeben. Es gibt jedoch mehrere direkte Ableger unter dem Namen Vinyamba. Die Vinyamba-Spiele haben teils mehr, teils weniger große Regelunterschiede im Vergleich zum Originalspiel. Einige haben sogar ein spezifisches und festes Spielziel. Alle Vinyamba-Varianten sind zudem kostenpflichtig. Im Juli 2009 wurde eine neue Spielwelt mit veränderten Regeln gestartet. Diese soll als Test für neuere Versionen von RSI dienen. Die Auswertung ist textbasiert, es sind jedoch Programme frei erhältlich, die die Auswertung in Grafik umwandeln und bei der Erstellung der Spielzüge unterstützen. Das Spiel war ursprünglich ein Ableger von German Atlantis, einer deutschsprachigen Version des englischen Atlantis 1,0. Man kann es mittlerweile aber auch mit englischen Texten spielen. Seit Dezember 2008 sind Anmeldungen für das nicht mehr möglich, das Spiel läuft aber weiter. Die Spielleitung experimentiert derzeit mit dem Aussetzen von Spielern in alte und mittlerweile unbesiedelte Regionen. Sollten die Testspieler die Herausforderungen erfolgreich meistern, wird eine Neuanmeldung zunächst für ehemalige Spieler wieder möglich sein.